Hey, hey, GameCat hier. Willkommen zurück. Du siehst vielleicht, dass sich ein bisschen was an unserem Level geändert hat und wir irgendwie auch ein bisschen woanders sind, als wo wir letztes Mal waren. Das liegt einfach daran, ich habe ein bisschen eine Aufnahme gemacht und irgendwie mein Mikro nicht mehr gehabt. Aha. Ich habe es aber relativ schnell gemerkt, Gott sei Dank, aber du hast nicht viel gepasst. Also ich habe wirklich nichts Story-Relevantes gemacht, weil wir ja bei der letzten Folge schmerzlich feststellen mussten, dass wir noch zu schwach sind, um Santa Claus entgegenzustellen. Ja, also hier in Deutschland ist es eine schwere Schlange. Ja, pass auf, pass auf, meine Güte. Ähm, und deswegen dachte ich mir, ja komm, leveln wir ein bisschen. Wir haben jetzt keine, ähm, keine wirklichen Quests mehr, die wir machen können, um die zu lösen. Und dann, nee, das wollte ich nämlich genau nicht. Gut, äh, keine Quests mehr, die wir lösen können, so wirklich. Also, ähm, das mit Santa Claus ist dann auch irgendwie das letzte von Quests, was ich jetzt hier gesehen habe. Ansonsten sind es halt irgendwie nur noch, ähm, ja Sachen, die einfach viel zu hohes Level haben. Ähm, also ich weiß nicht, ich glaube, da war noch irgendwo was, was auch, ähm, was ich überhaupt noch kapiert habe. Ja, aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass auch die Monster, ähm, da oben rumlungern. Und vor allem in den verfugtenen Feldern, ähm, das kann recht hilfreich sein. Ähm. Also, es geht auch relativ zügig. Und ich habe auch schon wieder keine tolle goldene Kiste gesehen. Und nichts heißen, aber... ...die Aussichtung war da auch... ...zu schade. Ja, aber wir sind immerhin schon mal levelnizig. Ähm, genau. Dann wollte ich mal da... ...also... ...doe sich dabei ein bisschen drinnen. Genau. Und unser Spike-Zauber, der ist wirklich... ...also, der bringt's. So, wo war das jetzt? Da unten, unten noch? So. Äh. Äh. Bist du sicher? Ja. Ja. Ähm. Wir sind noch nicht so weit. Genau, die Fest haben wir sogar von da. Ich bin so intelligent, es ist fast kaum auszuhalten. Aber gut, ähm... Ja, wir müssen gucken, wie wir das anstellen. Ich weiß auch nicht... ...ja, wie hoch das Ganze hier geht. Ich hoffe einfach, dass es so ein Level 10 ist und dann ist es gut. Das wird halt mitunter wirklich, wirklich teuer, ne? So. So, da sind wir die... ...Belle. So, da sind wir die... ...Belle. ...Hab ich hier die... ...wollt grad sagen. Das kann ja nicht sein. Kein von beiden kann nicht hier platt machen. Aber da siehst du, ne? Also, das bringt's... ...bringt's schon. ...ist nicht so einfach. Aber... ...s ... ...und dann auch... ...und dann also ein bisschen zu kratten. Na, nein! Du sollst nicht... ...setz mich schon mit dir auseinander. ... ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Meine Güte, oh, das haben wir jetzt aber auch echt verdient. Im Prinzip würde ich halt gerne den 75 erreichen, aber ich will dich halt auch nicht zu sehr merken, einfach ordentlich. Komm jetzt her, Mann! Ich habe hier wunderbare Probleme für dich aufgebaut. Sehr schön. Ähm... Irgendwann ganz... 67, 68? Also es ist schon ein bisschen was. Ich finde mich ein bisschen underleveled. Also vor allem halt auch im Hinblick auf den Drachen, den wir auch noch zu vermöbeln haben. Ähm, und was ich auch festgestellt habe... Da in dieser Höhle, da ist ein Drache drin. Und ich weiß gar nicht, offensichtlich müssen wir den wohl schon mal getötet haben, weil... Was ist das? Nee, hör mal... Nee, 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 nicht der ist da. Das ist da hinten. Bei der Eiswüste. Das da. Der hat... Da ist ein Drache drin. Äh, ein Eisdrache. Ähm, den würde ich natürlich auch ganz glatt machen. Vor allem halt auch, weil ich glaube, dass wir von denen wieder... Ähm, von ihrem Schwert kommen, das wir immer dabei haben. Und... Vor allem müsste es dann möglich sein, äh... Ja, unseres dafür zu verbessern. Das müsste dann auch wieder so gut sein, dass es für den Leicht so verbessert ist als die Bruder. Ähm, ich könnte natürlich auch wieder versuchen, ähm, ja, goldene Kisten zu erwerben. In der Hoffnung, dass wir da... Ja, auf, äh, gute Stufen treffen. Aber... Ich will eigentlich zur Zeit einfach meine, äh... Ja, meine ganzen, äh, Sparnisse lieber in Magie stecken. Ja, weil... Logischerweise, dieser eine Zauber, der ist halt schon... Nicht von schlechten Eltern. Oh nein. Dann gehen wir mal da rüber. So. Hm. Hm. 65, also es ist eigentlich... Aber wir müssten es... Schaff's. Das ist doch gar nicht so wundern, was hier eigentlich mein Problem ist oder irgendwo. Bin ich so nervös. Gar nicht. Ich kann es nicht. Ops. Ja. Und ich hab den besten Sachen... Okay, jetzt komm mal. Ich weiß nicht. Irgendwie... Irgendwas ist in dieser Höhle, was mich... Wahnsinnig irritiert. Ich kann dir nicht sagen, was es... Aber weißt du, was mich richtig nervt? Äh... Ich versuch jetzt schon aktiv... Seit über einer Woche meine Nägel zu lackieren. Glaub mal nicht, dass ich's schaffe. Also ich müsste wenigstens mal irgendwas... Da ist nichts... Also es ist nicht mal Lack drauf, weißt du? Also... Ich... Ich... Ich hab gar nichts geschafft. Aber die wachsen. Und die wachsen. Das sieht mittlerweile einfach mal aus. Also es ist ne tolle Länge, um... Um schöne, äh... Schöne... Schöne Sellechen reinzumachen. Aber es riecht gar nicht. Äh... Äh... Jetzt hör doch aber mal auf! Reine Güte! Hör doch mal auf! Geh mal weg jetzt hier! Was soll denn du da? Jesus... Oh, was ist denn da los mit mir? Hm... 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 Naja... Jedenfalls, ich komm überhaupt nicht... Hm... Geht einmal nicht. Es sind irgendwie so viele andere Sachen um die Ohren, dass ich das einmal nur in den Kopf... Hä? Bist du gerade wieder... Was ist denn da respawn? Das geht doch gerade jetzt hin... Äh... Was soll denn das? Äh... Fliegen... Was kommen wir da? Okay... Äh... Was kommen wir da? Okay... Was ist denn da? So einfach ist das... Gar kein Thema... Eigentlich... Eigentlich... Ich weiß nicht... Ohneigentlich... Ich hab da ein riesen Ding draus... Naja... Wir haben leider kein Schwert bekommen, ich bin eigentlich äh... grad total enttäuscht deswegen... Oh... Weil wir... Es ist dann immer nur questrelevant... Also... Muss das immer... In der Quest passieren, damit wir dafür... So Schwerte bekommen... Weil... Ich mein, sie sehen halt auch wahnsinnig gut aus... Und... Äh... Ja... Wir sind halt nicht... So... Ja... Das ist... Mega... Mega... Mega cool... Aber... Natürlich... Legerlich... Was ist da ein Schaden... Oh... So... Weil... Wirklich... Stute ist wirklich das einzige... Was... Oh... Ja gut... Das vielleicht noch... Aber es hat dann wieder äh... Diesen mega malus... Äh... Naja... Das ist schwierig... Aber... Naja... Hoffen wir einfach weiter... Eine... Rote Stute... Ja, ja, auch möglich, dass wir in dieser Kiste da oben eine Fliege haben. Nichts ist so möglich, wenn wir die Fliege haben. Noch ein bisschen gewollt. Ja, zwei. Naja, egal. Besser als Nischbar. Ja, genau! Das glaube ich jetzt nicht. Ja, dann machen wir das mal gleich nochmal. Naja. Das finde ich halt auch gut an dem Spiel, dass im Grunde kein Fortschritt verloren geht. Also immer noch fast aufgestiegen. Okay. Nee, beide will ich jetzt nicht. Ich hab gesagt, beide will ich nicht. Champion hier, ey. Ich glaub's mir. Er lässt sich dann von so einem Willer verprügeln. Also irgendwie... Ah. Also... Geräumt. Nicht verrückt. So, und, 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 und... So, und, 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 und... Eier... So, ich glaub das war... Er... Muss jetzt... Wir haben ja überhaupt noch ein Auszeichen. Schon mal über Licht. Da nicht, da nicht, dort nicht, dort nicht, dort nicht. Minute. Das ist der einzige Kass. Hm, der ist schon abgegrast, hier schuf man das. Da hinten ist noch was. Oh ja. Nice. Oh. Oh, das ist schon. Oh. Oh, das ist auch so. Hm, da ist noch mal was. 1,70, das könnte auch so. Ja, du kannst runtergehen, das ist eine Option. Ah, ja, mal kurz rein. Und dann einmal die Saisonöffnung. Und da hinten ist voller Stau. Okay. Yikes. 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 Diese dämlichen Bilder, ey, die machen ich. Jedes Mal aufs Neue fertig. Und jetzt muss ich da wieder hinfliegen. Hinter ist doch nicht... Ah, dort ist es auf der Insel. Jetzt mal gehen. Und 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 jetzt mal gehen.